Dieser Film ergänzt die Gebrauchsanweisung und führt zu besserem Verständnis. Der Film kann das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung nicht ersetzen. Er kann auch vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen nicht ersetzen. Moin, herzlich willkommen. Zum Dräger X-X7000 gibt es einen Zubehörkoffer. Der wird leer geliefert und heute möchte ich mal zeigen, wie der komplett ausgestattet aussieht, wie der messbereit aussieht. Diesen Koffer öffne ich und dann finde ich alles, was ich für eine Messung benötige. Ich habe mein Messgerät X-X7000 hier dabei, direkt darunter den Schultertragegurt, um das Gerät auch handfrei an der Einsatzstelle einsetzen zu können. Dann habe ich hier meine Microtubes, verschiedene Microtubes für verschiedene Gase. Dann habe ich Vorröhrchen dabei, wenn die Messung dies erfordert. Ich habe hier den Vorröhrchenhalter mit dabei und wenn ich eben sage, ich muss mir ein Luftvolumen an das Gerät heranführen, dann kann ich das eben machen, indem ich den Kappler, den habe ich im anderen Video erklärt, nutze, hier in Kombination mit der externen Pumpe. Und im Kofferdeckel befindet sich der Messschlauch, um das direkt durchzuführen. Und ich habe noch die Aussparung für Ersatzbatterien und für den notwendigen Torx-Schrauber. Und um die Batterien zu wechseln, das habe ich im anderen Video schon mal angesprochen, nutze ich den Torx, die vier Schraubenbatterien habe ich dabei, sodass ich an der Einsatzstelle, auch wenn die Batterien alle sein sollten, direkt wechseln kann. Und das ist der Koffer, der wird leer geliefert, aber so haben wir hier einmal gezeigt, wie man den ausstatten kann, wenn man eben messbereit mit dem XX7000 messen will. Und weitere Informationen sind in der Videotextbeschreibung zu finden. Vielen Dank!